Ein Geheimnis ist etwas, was absichtlich oder unabsichtlich verborgen liegt, ohne dass es die Öffentlichkeit oder die meisten Leute wissen. Und das herauszufinden ist unsere Spezialität. Ein Geheimnisjäger zeichnet aus, dass er ein gesteigertes Wahrnehmungsvermögen hat, dass er sehr intelligent ist, dass er hohe Fähigkeiten sonstiger Art hat, körperlich wie seelisch. Er muss insgesamt sehr belastbar sein und er muss verschwiegen sein. Ein Stück weit ist jeder Mensch von uns ein Schatzsucher. Jeder sucht seinen Schatz auf seine Art und Weise. Für einen Geheimnisjäger ist Schatzsuche ein gutes Fundament, muss aber nicht sein. Es bildet auf alle Fälle die Leute aus, die wir brauchen. Was ist die Kamera? Die Kamera ist das wichtigste Ermittlungsinstrument überhaupt. Das ist die Nummer 1, weil es ein unbestechliches Medium ist, mit dem man aufzeichnen kann, und zwar so lang und so viel man will. Und es ist immer bei der Wiedergabe das Gleiche. Und man kann halt hinterher auch diese Sachen zusammen komprimieren und dadurch einfach eine höhere Wahrheit, ein Konzentrat erhalten. Auf lange Sicht gibt es keine Geheimnisse. Unsere Aufgabe ist es, Geheimnisse herauszufinden. Das, was ich sehe, was wir tun, ist einfach ein soziales Engagement. Es geht nicht darum, irgendjemand anzugreifen, sondern es geht darum, einem breiten Spektrum von Leuten Wissen zugänglich zu machen, das ihm sonst vorenthalten wird. Ob der normale Mensch damit umgehen kann, ist oft die zweite Schwierigkeit, aber auch daran arbeiten. Ich kann hier nicht sagen, was ich sehe, was ich orbite die Wiedergabe das Ganze mit einem schönen Juda, was die Erstelf συνkur offices. Ich kann sehr gut diesen Jahresunschrid. Vielen Dank.